Die Geschichte vom Soldaten, die werden wir vortragen Natürlich, klar, werdet ihr bei Zeit dann nochmal fragen Wer ist denn der Soldatman? Er kommt da grad von rechts Damit ihr denkt, aha, das war ja noch perfekt Die Geschichte vom Soldaten Und der Teufel, er hat jetzt nochmal einen Altar von den Verführern Ihr seht den nochmal da, denn es geht noch darum, dass viele den Teufel verehren Weil sie denken, er könnte die Einfluss und das Reichtum mehr Dass am Ende von diesem Stück eure Augen leuchten Applaus 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 Applaus